In Deutschland gibt es 261 katholische Krankenhäuser an 330 Standorten mit 82.200 Betten. In den Krankenhäusern und 52 Reha-Einrichtungen versorgen 204.000 Mitarbeitende jedes Jahr rund 3 Millionen Menschen. Aber nur Zahlen erklären nicht, was die katholischen Krankenhäuser ausmacht. Denn Zahlen alleine helfen den Menschen nicht. Und um die geht es. Gesundheit ist eine ganzheitliche Aufgabe. Das gilt auch für ein Krankenhaus. Deswegen haben die katholischen Einrichtungen alle Ebenen gleichermaßen im Blick. Wir leben christliche Werte. Für uns stehen die Menschen und ihr ganzheitliches Wohlergehen im Mittelpunkt. Viele der katholischen Krankenhäuser kommen aus der Tradition der Orden. Damals wie heute sind sie mit ihren Gesundheitsleistungen nah bei den Menschen. Durch eine breite Ausbildung von Fachpersonal sorgen wir für den Nachwuchs in den Gesundheitsberufen. Vor allem in Medizin und Pflege. Als frei gemeinnützige Träger arbeiten wir gleichermaßen wirtschaftlich und gemeinnützig. Das bedeutet, die Krankenhäuser erwirtschaften Gewinne, die im Dienst der Gemeinschaft investiert werden. Unsere Einrichtungen setzen auf moderne Spitzenmedizin und hohe Qualität nah bei den Menschen und ihrem Wohnort. Medizinische Exzellenz ist uns wichtig. Genauso wie das Wohl und der Wille der Patientinnen und Patienten. Als Verband vertreten wir diese Inhalte gegenüber der Politik und den Akteuren des Gesundheitssystems. Wir setzen uns für Rahmenbedingungen ein, die eine flächendeckende, ganzheitliche und nachhaltige Versorgung der Menschen sichern. Dafür stehen wir als katholische Krankenhäuser. Unverzichtbar menschlich.